Ich war auf Tour, ich hab ihr ne Nachricht geschrieben, ne Kurznachricht, einfach was mir gerade einfiel. Ich hab geschrieben, hallo Liebste, ich vermiss dich total, ich muss immer nur an dich denken, ich freu mich mega auf unser Wiedersehen. Kuss. Zwei Minuten später schreibt sie zurück, für welche Schlampe war die Nachricht denn gedacht?